Also ich glaube, dass nur zu Hause sich mit anderen Kulturen zu befassen, nicht das gleiche ist, wie wenn man eben dazu auch, ich sag mal, die persönliche Erfahrung und den direkten Kontakt gemacht hat. Das ist das gleiche, wenn ich permanent mit Leuten nur über Videokonferenz kommuniziere oder per E-Mail, ist das nicht das gleiche, als wenn ich die Menschen persönlich treffe, wenn ich in einen persönlichen Austausch, in eine Zufallsbegegnung mit hineinkomme. Dass nicht per se jeder Urlaub auch wirklich zur Bildung taugt, ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, sondern es hängt immer davon ab, wie weit man sich bei seinen Reisen auch auf die andere Kultur einlässt, auf die andere Lebensweise einlässt, versucht in Kontakt mit Menschen zu kommen. Ich sag mal, ich kann mich in meinem Hotel einbunkern, sitze den ganzen Tag am Pool und lese mein Buch, dann ist das eigentlich vollkommen egal, wo auf der Welt ich das tue. Aber wenn ich mich mit der Kultur des Landes auseinandersetze, wo ich in Urlaub fahre, wenn ich, ich sag mal, versuche Menschen kennenzulernen und selbst wenn es nur die Menschen sind, die aus anderen Ländern ebenfalls in dasselbe Hotel gekommen sind, ist Reisen schon, ich denke mal, etwas, was wirklich bildet und uns weiterbringt und den Horizont erweitert. Ich sag mal, das ist nicht zu Unrecht ein alter Spruch, das Reisen bildet, egal in welcher Richtung. Ich glaube, dass aber das, was mit Erasmus und mit den Austauschprogrammen erzielt werden soll, eben ein ganz anderer Lerneffekt auch ist und deshalb sind die Programme ja auch dementsprechend ausgerichtet als Schüleraustausch, als Jugendaustausch oder selbst auch beim Interrail-Ticket waren ja auch, ich sag mal, ja Bedingungen mit dran geknüpft, dass man vorab bei der Bewerbung auf das Ticket, weil wir nicht jedem das Ticket zur Verfügung stellen konnten, sagen musste, was man bei seiner Reise alles machen will, was man besichtigen möchte, wo man hingehen will, wir hatten es ans Kulturerbe ja geknüpft und ich denke, dass solche Initiativen in jedem Fall zur Bildung beitragen und ich würde demjenigen, der sich zu Hause mit Fremdsprachen und mit Kulturen und mit Dingen auseinandersetzt, wünschen, dass er das eben nicht nur virtuell, sondern auch real tun kann.